Willkommen zur 11. Folge The Last of Us Part 2. Dann viel Spaß beim Zuschauen. Das ist mir! Okay, das war's. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ja. Ich glaub, du hast recht. Los, Team Jackson. Das sind verfickte Arschlöcher. Hier lang. Okay. Nach dir. Hier. Huh? 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 Was ist das? Weißt du, du kommst da durch? Mal sehen. Ich wäre gekommen, weißt du? Wenn du gesagt hattest, dass du gehst. Ich dachte, du kämpfst mit all dem nicht klar. Ich habe zu Joel aufgesehen. Was ihm passiert ist, war echt scheiße. Ich wäre gekommen. Joel hat dich auch sehr gemocht. Ich dachte, ich wäre nicht verknallt. Ich wäre nicht verknallt. Das ist nicht dieselbe Bedeutung. Oh. Das mag sein. Hast du ein Lieblingsbuch als Kind? Ja. Geisterkrieger. Es geht um Weltraumsoldaten, die gegen... Geisterkrieg. Geisterkrieg. Gehen wir wieder zur Straße. Ja. Gehen wir zur Straße. 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 Das war's für heute. 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 Vielleicht. Das war's für heute. Oder... Das war's für heute. Das war... Das war's für heute. 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 Und... Das war's für heute. 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 Was ist das? 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 Gotbury? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Na gut, ey da. Oh, okay. Oh, fuck! Scheiße! Oh, God. Oh, God. Oh, dann mal los. Okay. Okay. Baby, wo steckst du? Das ist das alles. Okay. 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 Scheiße. Oh shit. Oh shit. Oh blöder Hund. God. Oh shit. Was zum Teufel ist hier passiert? Was zum Teufel ist hier? 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 Tötest du uns nicht trotzdem? Wenn du es ihr sagst, sind wir tot Ihr könnt das überleben, ich brauch nur sie Bullshit Du Okay Was hast du vor? Sie ist bestimmt eh schon tot Das ist es nicht wichtig Stopp! Wir können über alles... Gie sofort zurück! Zeig mir, wo sie ist Zeig es mir einfach! Zeig! Poin! Zee. Zee. Ich weiß, was Abby ist. Ich bleibe! Nein, 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 nein! Ah, endlich! Ah, endlich! Alles ist gut. Komm schon, geh mir. Geh mir! Alles ist gut. Alles ist gut. Also, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Hinterlasst mal ein Abo und ein Like, wenn auch nicht, dann nicht. Dann viel Spaß bei der nächsten Folge.